Ja, und damit Willkommen zu Liefel Company Ja gut, dann würde ich starten, ne? Ein sehr cooles Game Die anderen sind ja auch schon drin, ich habe mich gerade gemutet Sehr cooles Game Haben wir schon öfter gespielt, ihr könnt das Ganze tatsächlich beim Tobi hier Live gucken Auf twitch.tv slash vikeser Tue ich euch verlinken Ja, hoffentlich bekommen wir ein paar lustige Momente hier Ich werde auch eventuell alte Clips von dem lieben Tobi einbauen Und ja Mal gucken, wie es so wird Tobi will sich mal ganz kurz introducen Für die Zuschauer, die gerade auf YouTube gucken Das ist mein Onkel Hallo Ich bin der Tobi Ich streame manchmal so ein bisschen Oh Hey So Also Oh, großer Raum Pock Large Axle Pock Bottles Pock Das ist beides hier in 50 Wert Pock So Ich bin schon halb tot, bitte, ich bin schon halb tot Tobi hatte ich vorhin schon einmal mit dem Stopp-Schild geschlagen, wenn du mich jetzt checkst, ich besterbe. Flashback Oh, so viel Loot. So viel Loot. Tobi Flashback Dann mach was lustiges, wenn man die Skrippen kann. Soll ich da mal Pro-Flashlets kaufen, 4 Stück? Komm, mach jetzt sofort was lustiges. Was? Was? Ich denke das ist ein ganz guter. Was trinkst du? Hier, warte ich sag dir einen lustigen Joke, warte. Warte. Paul, hier ist der richtig lustige Joke. Du musst bisschen das... Links wahrscheinlich. Hier. Wenn ich raten müsste, geht's... Warte, ich going nicht auf so wenig werfen... Born, aber... Na, am Eingang. Hier hinten Paul, spring einmal drüber. Ok, ich würde aber alles für alles noch habe, ablegen, weil ich bin voll. Ja, spring einmal rüber, okay. Das ist lockt. Das ist lockt. Das ist lockt. Das ist lockt. Oh mein Gott. Warte, warte. Ich mach noch mal. Hast du einen Schlüssel dabei? Ja, ja. Nein! Slime? Oh, Slime, ja. Wir müssen da halt durch, ne? Weil lass den... Genau. Lass den baiten. Achtung, Slime, Slime, Slime. Chill. Wir locken, wir mal weg. Backen! Schw incarceration. Was sag... Sag... Popp geechnie bisschen mit der Chance. Fair.. Nicht dahin gucken! Da sind Bracken. Der von mir hier없이 nicht anguckt. Der von mir herangeguckt. овheryyy Da goes one. Ich f batteries call, was dair man sich soיט. schw MATTHOON youtube haben wollt sagt bescheid was gemacht euch bock ich nehme gern mehr davon auf mir sagt nun wenn ihr mehr von Tobi seiner von Weichser seiner View sehen wollt dann geht er auf Twitch auf TV-Self-Weichser das ganze vor Free gucken ich habe ihn überlebt aber ich weiß dass er da hinten ist was ist ja hier oben war nur ein Eckbeater keine Sorge keine Sorge mir geht es gut wuuh wer hallo ich wollte rohen gehen da liegt nicht viel glaube ich überall und ein Konzept im Energiekern angerannt der der Erde Was ist das? ja da war 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 das ist recht Ich glaube, er ist tot. Könnt ihr aufhören, jetzt hier am Ende noch zu sterben? Wechseln es noch rein. Äh. Der ist drin. Wir würden den Fire-Exit nehmen. Warte, ist noch ein großer Raum. Da ist ein YP. Ne, lass gehen, lass gehen, lass gehen, lass gehen. Ja, ja, Loot Bug. Der ist halt noch weiter gegangen, aber ich hab's keinen Bock, gegen Loot Bug zu kämpfen. Wo geht's zurück, Simon? Warte, ich hab's noch nicht mehr. Ja, ein Plastikfisch. Hier ist das Loch, wahrscheinlich irgendwo da hinten, oder? Ja. Keine Ahnung. Das ist groß, oder? Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich scheiße. Ja, Digga, wo geht's denn lang? Ja, Digga, wo geht's denn lang? Ja, ich glaub. Ja. Wie du da grad noch reingekommen bist. Ich dachte nicht, dass du das noch schaffst, Paul. Ich auch nicht. Sind alle tot? Sind alle anderen tot? Ja. Los gehen. Los gehen.